Ja, man sieht, dass er spielt total kalt. Mehr nicht. Pinke Haare. Es ist ein Toupet aus Klopapier. Ja, sieht so aus. Ja, okay, ich glaube. Laute Klopapierstreifen. Mir ist kalt. Oh, eine Schwarz-Müste. Werden es denn? Hier oder so. Alter, Zuschauer. Sag mal was in die Kommentare. Wenn du willst. Oh, hi, Spili. Spili. Hey, gönn dir, Alter. Ja, das ist dreckig. Good job. Tschüss, Spili. Wieso gehen die immer so schnell auf? Auf, wie du bist. Nein, mir ist kalt. Ja, okay. Oh, 10.000. Obwohl wir verloren haben. Um. Was ist denn so kalt? Es ist so kalt. Es ist so kalt. Everybody has a floor. Das bist du Spili, oder? Ich weiß nicht, ob er ihn sieht. Hallo. Hallo. Das ist ein Rainbow. Das ist ein Moino. Das ist ein Moino. Ich habe heute Funky bekommen. Oh, nein. Ja, ich habe gestern aus Flitzes in Fern und Wagen gezogen. Und ich bin in Arena 10. Warum Freimodus? Mach doch wiederholen. Nein. Junge, wie viele Leute wollen wiederholen? Willst du einen Raubüberfall machen? Everybody has a bar. Alter, was Allah. Leider fahren wir morgen. Wer bist du? Alles Monster. Nee. Ich kenne dich jetzt nicht. Ist das so 24 Stunden? Wir könnten ihn machen. Musst du heute zweimal bei mir pennen? Mad Milk. Wie viel Uhr ist? Hä, wie? Wann kommst du? Wie viel Uhr ist? Hä, warum? Ach so. Ja, es ist 11.05 Uhr. 11.05 Uhr nach 11. Ja. Hä, wieso? Wann kommst du? Dann hören wir morgen um 11.05 Uhr auf. Dann bin ich heute nochmal bei mir. Hä, wie? Wann kommst du? Ich kapier's nicht. Oder wir müssen wann anders für ein 20 Stunden Stream machen. Das könnte so ein 6 Stunden Stream machen. Ja, ja. Wir können 24 Stunden Stream übermorgen machen. Wenn du bei mir pennen darfst. Übermorgen. Ich hab Freitagsspiel. Welcher Tag? Ja. Übermorgen. Ach so. Dienstag. Aber ich hab Mittwoch drei. Von Montag auf Dienstag. Hä? Ich dachte von Dienstag auf Donnerstag. Äh, auf Dienstag auf Mittwoch. Machen wir von Montag auf Dienstag. Mhm. Und dann kaufe ich mir noch Kaffee. Tavien? Tavien? Links hoch. Ich kenn mich in GTA aus. Es steht ein Auto. Ich hab dich nicht hier gehört. Fahr mal nach vorne. Vielleicht steht Nili da. eine vorbereitung was ist denn im pazifik stand da passen bei sechs leute rein ich weiß wegen hinten gefängnisausbruch wir holen uns dann bald das neue auto ist nicht neu im letzten update rausgekommen vorletzten kostet 1,15 millionen ja das wird das neue fuhrfahrzeug also das fahrzeug kaufen kannst du mal ein kannst du mal ein wie man ein lifestyle macht tutorial wann geht es los was ich kann gerade gar nichts tutorial ja kann ich das ist nicht wie meinst du jetzt über playsy oder über pc oder über handy handy weiß ich selber nie habe ich auch ein kleines problemchen ich werde auch bald ein paar videos aus dem europa park soll ich ich habe sogar ein video mit der hinfahrt in so ganz schnell in dieser aufnahme das so ganz schnell geht ich habe 20 minuten aufgenommen das video dauert eine minute nicht mal 20 sekunden alles monster wer bist du also schreibt also kennst du uns würde mich mal interessieren ja du musst nicht schreiben wenn du bist bloß kennst du locker ist farb alles monster wenn der sein vor allem sein account anonym zucker xd ich bin ich bin ich bin hier auch nicht ich bin ich bin ich bin ich bin Ach Allah, gib ihm mal ein Like. Gib ihm mal ein Like, Alter. Alles Monster, wer bist du? Bitte mal in die Kommentare schreiben. Oder halt, du musst nicht... Jo. Hey, Einungzocker? Hä? Äh, guck bitte mal auf... Hä? Hä? Wurde dein Handy gehackt? Guck bitte mein Handy kurz an. Hä? Wurde dein Handy gehackt? Oder wer... Wer heißt auch noch Einungzocker? Äh! Bitte, sie kommt mit schreiben, wenn jemand mein Handy gehackt hat. Was soll ich machen? Äh, äh... Gib mir mal kurz mein Handy. Chill, ich geh kurz auf. Ja, ich geh kurz schon. Junge, nimm mal... Jetzt fliege ich. Er bringt auch Videos. Ja, aber wer ist alles Monster? Junge! Das ist wer anders. Wer hat sich Einungzocker genannt? Jetzt schau mal. Das ist... Das ist... Das ist... Das ist Soju. Hi, Billy. Hi, Billy. Das ist... Wer hat sich Einungzocker genannt? Das ist Billy. Das ist... Das ist... Das ist Soju. Hi, Billy. Hi, Billy. Ich will bitte... Soll ich raus springen? Nein, 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 nein. Ja, komm, gib mit. Bitte. Mach doch was ihr wollt. Ich bleib sowieso da. Halt doch dein Scheiß, Paul. Dann sollen wir Musik anmachen. So. Wie geht's? Gut, hier. Ja. So. Hey, Billy. Sollen wir Musik anmachen? Nee. Oh, Dennis. Hä? Wo siehst du da Dennis? Ja, wo ist Dennis wahrscheinlich? Ach so. Dennis ist aus dem Urlaub heute gekommen. Hm, nee. Weißt du noch, wo wir die tausend Kommentare geknallt haben? Ah! Fuck! Weißt du noch, wo die tausend Kommentare... Ja, mein Controller! Wo ist mein Ladegarten? Hinter dir. Ja, chill. Ui. Who likes this Fidget Spinner? Ja. Schreib mal in die Kommentare, wer diesen Fidget Spinner mag. Hallo. Fidget Spinner. Das ist ein Rainbow. Von Insta. Ja, ich weiß schon, dass er was auf Insta gepostet hat. Ja, wer bist du alles, Monster? Ja, denk's mir, wer bist du? Ja, denk's mir, wer bist du? Alles Monster. Wer ist Ein-Um-Zocker? Ja, wer ist Ein-Um-Zocker? Junge, die große Frage. Wer ist Ein-Um-Zocker? Ich kenn den Typen nicht. Das bin nicht ich. Ihr könnt auf das Profil gehen. Das bin nicht ich. Ich nicht. Ey, wir haben Fick. 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 Echt? Ja. Eine Fick. Ja, dann nach, dann. Wow! Alter. Oh! Oh, Human Labs EMP-Ablieferung. Das ist eine Vorbereitung. Begalass. Oder? Ja, Human Labs. Oder willst du anders? Hallo, René. Ja, wer bist du alles, Monster? Ja, es ist einfach safe, Fabi. Bist du Fabi? Ich wett drauf. Ein Euro? Ich wett. Den Fidget Spinner? Ja, okay, den Fidget Spinner. Ja, auf wen wettest du? Auf wen wettest du? Keine Ahnung. Ich wett auf Monster. Ey, auf Noah. Ein Noah. René, was? Was René? Was ist? Hallo? Ja, ich heiße René. Genau ich. Er ist scheiße auf dem Weg feucht. Ich hab doch kein Handy dran. Das ist doch nicht kürzlich gespielt. Was machst du? Halt im Maul. Welchen Truck willst du? Ich mach mal im Bunker einfach kurz. Dein Ernst? Ja. Ja, wieso? Der sucht doch gerade, wo man lebt. Wie kann ich das wegmachen? Wie kann ich das wegmachen? Wie kann ich das wegmachen? Hast du gerade gefurzt? Nein. Wie kann ich das wegmachen? Ich hab keine Ahnung, wie das geht. Im Job reingehen. Ja, geht ja nicht. Wie geht es? Wie geht es? Nein, ich hab nicht gefurrt, Alter. Wie geht es? Ja, weiß ich doch nicht. Jetzt. Easy. Hey, schreibt mal in die Kommentare, welchen Song wir anmachen sollen. Oder schreibt einfach gar keinen Song. Schreibt einen Song in die Kommentare. Nein! Halt dein Maul! Soki! Soki! Tschüss! Soki! 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 Legendary! Soki! 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 Der Stuhl ist frei! Komm! Beeil dich! Alter, die ist ja scheiß Kater. Ich mag den Typen nicht. Soki! Alter, du kommst auf den Stuhl an, das ist okay. Meriwether, für all your private security needs. How can I help? An air unit's on it's way. Mach aus. Ja, ich weiß, wenn es zu laut ist. Mach aus. Mach aus. Soll ich noch mal an? Oh, nein, nein, nein. Oh, nee, nein. Oh, nee, nee, nee. Oh, nee, nee, nee. Oh, nee, nee. Oh, nee, 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 nee, nee. Incoming. Get clear the landing zone. Was ist das Stadt? 20. Wieviel? 20. Cool. Legend. Legend. Hilfe in einer Woche oder sie? In einer Woche und zwei Tage. Legend. Weil die Schule geht am Dienstag an. Ja. Legend. 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 Soll ich mir den Jet von? Ne. Ich mach Bunker. Legend. Schreibt einfach Songs in die Kommentare. Was ist Dietl? Oh, Dietl. Hi. Also 24 Stunden Stuhl kommt dann morgen auf Übermorgen wahrscheinlich. Wenn ich daheim bin. Ja. Und wenn die Körbe. Ja. Du weißt was. Denkst du wirklich? Nein. Was? Ach so. Ach so, ja. Alter, der Heli will nicht abheben. Junge. Hä, Monster ist Noah. Alet. Wieso Alet? Alter. Warte, er schreibt. Oder Alter. Ne, Alet. Oh ja. Mein Song den ich jetzt auf einmal nach. Den 24 Stunden ist wie... Alter, du... Ja, ich weiß das morgen nicht. Ne, wir wissen nicht, ob wir fahren. Wir wissen noch nicht. Weil mein Dad will nicht alleine und meine Mom ist in Polen. Oh ne, jetzt kommt noch Christoph. Christian. Ach so. Hallo Christian. Hallo Christian. Ich mach das aus, mit mir. Dann komm ich. Mimm dir das Respektchelle. Mach das aus, ey. Ich mach das aus. Und am nächsten Tagsspiel, haha, wie René es mitraben kann, ich wollt Bolz mit ihm. Mit wem? Mitraben, was heißt das? Was? Mitrappen. Achso, mitraben. Ja, sorry. Wie lange zockt ihr schon? Er steht oben links. 17, 4, 5, 6, 7 ist leicht. Ja, dann. Hey Spili, wie heißt du nochmal auf Mobile Legends? Ich hab wieder Mobile Legends. Wie heißt du auf Mobile Legends nochmal? Radioaktiv. Was heißt Radioaktiv? Spili, wie heißt du nochmal auf Mobile Legends? Achso, radioaktiv, also verseucht, okay. Radioaktiv heißt das zwar, okay. Radioaktiv. Ja. Mach. Aber ich könnte heute auch persönliche Verwaltung. Personal. Ich nenn's persönliche. Schau, Produktion, Forschung, beide Verwaltung. Warte, den Song kenn ich gar nicht. Kann ich kurz mit deinem Handy? Radioaktiv, Song bitte. Ich probier ihn mal kurz ab. Ich will mit schauen. Ist das ein Radio, du Lauch? Nein, Radio. Weiß nicht, ciao mal. Radioaktiv ist ein Nuklearversuch. Versäuchung. Warte, warte. Dazu hat Waititi sogar eine Verarsche gemacht. Echt? Du machst die Verarsche. Ah, Büff da. Ah, das ist... Du kennst die Verarsche. Ja, Chris, Mr. Neunmal klug. Oh, das Beste... Am besten wär's jetzt, wenn der Buzzard da steht. Ich hoffe es. Drück mir die Daumen für den Buzzard. Nein, das Beste... Nein, das Beste... Nein, das Beste... Ekelig! Oh ja, das ist... Kennst du die Verarsche von Waititi? Oh, das bin auch nicht mit dem... Aber du bist in Range Mode. Ich bin jetzt im Range Mode. Oh, das ist mit dem... Kennst du dich nicht? Oh, das ist mit dem... Auf Wiedersehen. Das war's für heute. Wieso? Ich hab dich gefragt, ob ich... Dein Handy... Nein! Ich hab dich gebraucht. Tu mein Handy weg. Tu mein Handy weg. Ich hab dich 5 Prozent. Ich hab mein Handy vor allem angeschaut. Viel Spaß, ich gehe wieder raus. Ich will selbst... Okay, ich mach das. Das ist die zweite Zeit. Ich hab doch gesagt, die Farben geh nicht ab. Das war nicht gemein, doch ich leg dich nicht ab. Entschuldigung, das war gemein. Lass uns doch bitte wieder Freunde sein. Nimm einen Schluck von dem guten Bein. Und schlackern. Ich hab mich wieder angemacht. Und das sind vom zweiten Mal. Ich bin keine Leinwand. Ich bin keine Leinwand. Das liegt mit der Beist. Ich hab dich fertig. Ich bin keine Leinwand. Hör nach Schule bis nächste Tag. Das ist richtig. Ich hab dich nicht vom zweiten Mal gesehen. Ich hab dich viele Neujahr gesehen. Und das schon zum zweiten Mal. Und Adam. Oh Mann! Was macht der? Oh Mann! Oh Mann! Oh Mann! Keine Ahnung ob die da morgens drauf haben. Aber wahrscheinlich so. Junge ich suchte. Wie ein kleines GTA-Kiddy. Du bist echt weg. Bald schläfst auch du. Du. Dann geht's Playback. Du will dir jetzt dein Arschke waj. Hallo, hauf mit dem Geschleid. Ich bin jetzt im Range Vault. Ich bin jetzt im Range Vault. Oh das geht hier kurz. Oh, 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 oh. Mach's ne ne Scheiß bro, Du 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 du. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh... Das sieht doch Scheiße aus. Und ich hab heute n' Day. Ja, aber sie wollen. Du weißt schon was, René. Sie wollen, du weißt schon was, damit die Freundin es sieht. Meine Katze hat gerade Geld runtergebrochen. Noch mal. Ich? Meine Katze denkt sich, ja, mein Geld, ich bin Geldgeist. Geldgeist auch. Aber meine Katze ist reich, sie ist Millionär. Das machst du eigentlich immer noch, weil der CEO draus. Mhm. Könnten wir eigentlich spielen? Aber dann macht diesen Sound aus. Ne, können wir nicht. Was? Weil der Stream sonst abbricht. Was? Der Stream kackt ab, wenn ich Spiel wechsle. Ja, warum, was steht da? Hm? Hä? Live übertragen wurde beendet. Hey, wieso sollen wir das Spiel wechseln? That's you. Achso. Was habe ich zu dir gesagt? That's you. Achso. Habe ich gefragt, ob wir That's you spielen können? Ja. Ja, ich weiß ja, dass das dann auch so ist. Vielleicht dachte ich, was das dann auch so ist. Ja, habe ich. Mann! Ah, ich bin ein Anhalter. Hilfe. Anhalten. Nein! Anhalten. Die denken sich auch noch. Jetzt haben wir Fackenbolle. Uh, uh. Nein, Alter. Was? Willst du eine Fotze? Was ist, Tiger? Das ist doch wahrscheinlich Tiger. Ja. Locker einen Miao nicht. Der kann das nicht. Ey, Tiger, halt deine Fresse! Fresse! Tiger kommt. Ich könnte einen Fisch für 800 verkaufen. Heb, Tiger hoch. Heb, Tiger hoch. Hey, René. Tiger! Komm her. Ja, warum soll ich ihn hochheben? Na du, Tiger! Ja, ich hab die Frucht. Eigentlich. Ich heiße Michi ATM. Ja. Soll ich die F.A. schicken auf, äh, Ding, auf Mobile Legends? Herr Graber, also, warum, was hast du bestellt? Ein Heli. Für 10.000 ein Buzzard. Also, den? Für 10.000. Ja, der ist billig. Wie viel kostet der Buzzard? Oh, fuck! Wie viel kostet der Buzzard? 25.000. Ja, jetzt auch. Aber das war jetzt gerade Geldverschwendung. Wieso? Jetzt 10.000 weg. Ja, ich heiße Michi ATM, okay. Ich schicke dir kurz F.A. Ich heiße Rencho. Halt Rencho. Ja, alle, jetzt werde ich umgefahren. Und bitte so schreiben. Hallo, Papa, wir machen gerade Livestream. Wir zocken noch heute. Hä, was? Und bitte so schreiben. Also, ja. Hallo, beantworte meine Frage, wenn ihr morgen mit uns... Ja, wir fahren ja wahrscheinlich nicht. Ja, vielleicht kommen wir dann, Buzz. Herr, Buzz komme ich nicht. Ah! Ah! René! Ja, ich habe ihn unter Kontrolle. Upsi. Bro, bist du gestorben? Ja. Wie heißt er? Christophis Dochter. Mich? Nein. Super, brav. Danke. Es ist cool. Es ist hip. Nein, nicht kaufen. Nicht kaufen. Was ist? Ich will nicht kaufen. Spiele ihn immer an. Hä, du kannst jetzt zocken. Nein. Wieso nicht? Ja, gleich, gleich. Ich warte noch kurz, bis Spiele ihn annimmt. Also, ich muss den Polen löschen. Den Polen. Ich habe einen Polen. Ich halte einen Poler. Ein Polen. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Ein Polen. Spiele ihn nimmst du an. Der Sucuk ist, äh, ist Bilal. Spiele ihn nimm an. Hey, cupla. 100 Nachrichten. Auf Job. Hast du das jetzt eigentlich schon gefällt? Was? Gefängnissausgrade. Hast du gefällt? Ja. Ich br distur? Hier. Spiel ihn nimm an. Ich habe dir schon geschickt. Hey, was jetzt? Jetzt, Dietl. oder morgen er meint morgen Spili nimmst du bitte an Spili Spili ich frag Rini ich frag nicht ob ich rauskomm jetzt zock ich an alter Spili kannst du nicht annehmen schau mal kurz was Pokemon Go nimmst du an ja jetzt ist zu spät jetzt darfst du nicht dann zock ich halt jetzt kurz nicht nee da kann ich alter dein Blatt ich kann nicht lagen ich brauche ja warum das krieg ja und ich hab da 28 ich muss weiter zurück willst du jetzt zocken? ne 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 kannst du gut kannst du euch ein Kramurx ein Kramurx ein Kramurx ein Kramurx ein Gokumum Gokum gönnt euch alter gönnt euch das Kramurx gönnt euch das Kramurx warte ich versuch das jetzt so zu fangen was ist das Spezial? und 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 ja ich hab sogar Hauptüberfall Pacific Standard ja ich muss pissen dann geh ich komm gleich ich war ins n n n Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 Könnt ihr meine Dinkenzahl erkennen? Meine Manni-Zahl? Ich kann nicht. Nein, wieso habe ich jetzt... Ja! Oh, 1,25 Millionen. Ja, er hat auch schwer. Keiner, geschlafen. Grüße gehen raus an Christian. Gleich habe ich ein Special-Pack. Wo bist du? Nee, ich schlafe hier. Ja, wenn die Binnen kenne, schlafen. Grüße gehen. Grüße gehen raus an Dietl. Jetzt kommen alle mit. Grüßt mich. Und mich? Ja, Grüße gehen raus an Bini, der Sucuk. Und Dennis, Grüße gehen raus nicht an Dennis? Ja, an ihn nicht. Nein, nein. Er ist böse. Psst. Warte. Papa, mach leiser. Was? Es ist zu laut. Papa! Papa! Wer ist Sucuk? Bilal ist Sucuk. Du nirgst! Mein Papa! Ich mach jetzt gleich den Fernseher kaputt! International Man of the Match neu. Thiago! Oh nice. Was? Und Messi. Ja, ja, oh nein. Das Spiel ist dumm. Das Spiel ist dumm. Nee, das Spiel ist nicht dumm. Das Spiel ist dumm. Oh, der hat ein Auto, wo ich kriegen kann. Ich liebe ihn Corona mitfahren. Der Corona sieht cool aus. War breaking. Neee. Der fährt mit meinem BMX. Oh, Smalling. Hä? Smalling Footy. Oh ja, geil. Hast du dein BMX bestellt? Nee, nee. Das ist so ein Faser. Ich kann nix dafür. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Hey, Spieli, hast du jetzt eigentlich schon mal ne Freundschaftsanfrage angenommen? Auf Mobile Legends? Ja, aber erst ist Mobile Legends, ja. Ja, ja, das macht Spaß. Das ist Mobile Legends. Hey, was machst du? Jetzt hast du nicht mehr so viel Leben. Dann krieg ich ja eh drin wieder. Das ist Mobile Legends. Mobile Legends. Mobile Legends. Das ist Mobile Legends. Oh, was? Ich hab Pato geprankt. Hä? Hä? Was ist? Hä? Wie hast du ihn jetzt geprankt? Was? Was hab ich gemacht? Ich kapier grad gar nix. Ich kapier grad gar nix. Neee. Ich versteh euch nicht. Spieli, warum bin ich langweilig? Auf der Gesamt. Ja, Spieli hat angenommen. Hallo. Spieli, wir haben das gleiche Profilbild. Und wir sind beide Level 5. So watch me. So watch me. Bei der Maul. Bei der Maul. Bei der Maul. Bei der Maul. Moloch. Döner mitgenommen. Hast du gesehen? Ja, in der Tüte. Ja, Döner, Junge. Döner mit der Alkoholmale auf dem Boden. Oder jetzt gibt's Döner. Nein, jetzt gibt's dann gleich Düring, wenn er nicht auf dem Boden bleibt. Ja, ja. Ja, Düring für alle. Schau mal. Spieli, kannst du umkommen? Wir müssen eine Runde spielen. Amin, das ist die Kerem. Düring für alle. Nicht töten. Ja, nicht töten. Ja, schaß drauf. Lauft! Lauft weg! Schnell! Höh, Tut aggress, tütt tütt tüttv tütt. Du, 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 du. Freie Halt's Maul! Mein bisschen zu lang, meine. Es ist ein Zheng Spiegel nicht mehr, recht misinformation. Ach so. Hm, keine Ahnung. Herr und Spiele kommst du an. Mobile Legends. Nein, ich bin gut. Spiele, ich lade dich dann einmal. Mach auf! Ich mache kaputt. Warte, ich kann das. Schau. Das geht schon. Irgendwann geht es auch. Mach schneller. Okay, Spiele. Spiele, wieso kommst du? Nee. Schau, Spiele denkt sich nur so. Nee. Ey, wieso kommst du nicht um, Alter? Komm doch um, dann können wir in Ordnung spielen. Spiele, die spielt nicht gerne. Ja, ich habe es aufgemacht. Für die Deinen schlägen? Nimm das ganze Gold. Hm, Mann, ist doch mal. Warum muss man die ganze Zeit an X drücken? Ich weiß. Man kann auf X gedrückt halten. Aber dann macht das nicht so schnell. Ich weiß. Junge, der Typ ist aufpassen. Von da oben kommt jetzt auch noch. Okay, dann kommt's noch. Ich hoffe, ich muss den Typen da besützen. Anna, halt deinen Maul. Kann ich den Alarm noch mal benutzen? Nee. Den Alarm. Oh ja, okay. Ich lade dich ein. Anna, halt deinen Maul. Ich lade dich ein. Ich lade dich ein. Ich lade dich ein. Oh ja. Ich lade dich ein. Oh ja, lass dich nicht abhaben. Spiele ich um? Spiele ich um? Spiele ich um? Ja, ja, nun beides passt. Wetten, die reden einfach. Ja. Ja, ich will mit denen reden. Ich kenn die nicht. Hallo, warte, wenn sie kommt, dann zünde ich sie an. Oh, fuck. Nein, mein Kanister! Du hast ihn gedungelt. Ich hab dich eingeladen, Spiele ich. Oh mein Gott, gib dir, man kann mit dem Eishockey spielen. Gib dir. Ey, halt dein Mann! Alter, sei doch klar. Hallo, du musst zur Tür gehen. Ja, schon. Spiele, komm rein. Ja, können wir vielleicht noch. Was? Ich mach die Tür auf! Spiele! Ey, da gibt dir... Was soll ich jetzt machen? Schieß einfach ein bisschen. Ein bisschen. Ja, schon, schon. Ich hoffe, der kriegt jetzt ein Händchen. Spiele, so kommst du nicht. Aber das klappt leider. Mach jemand die Tür auf! Mach jemand die Tür auf! Das klappt schon alles! Schieß! 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 Ich lenk sie ab mit... äh... Bomben! Spiele, kommt vorbei! Ja, der ist schon tot. Ja, ich wollte ihn noch... Nein, der ist nicht tot! Ja, echt? Weil der war schon tot angezeigt. Ach, da hat die Gegner so einen Ball treten. Hä, wie? Ja! Warum kriegst du zwei nicht bei? Können die, Alter, meine Sorte nehmen? Ja! Was ist? DJ, Chaos! Mia oder euch? Ich nehm Mia. Ja, wir haben verkackt! Ja, bloß weil die so schlecht sind! So ist es Sposten! Bloß weil die nix können, verkacken wir. Ja! Und ich muss wieder alles machen! Nee, ich kann jetzt gerade keine Musiker machen! Weil es hat jetzt voll viele Haare! Das ist Beatrice 2.0! Ja, ist doch bloß im Blondhut! Ja, das sind Weiße! Ja, und so! Schön, Junge! Ja, ich sagte nicht! Ja, doch! Du hast was gesagt! Ich hab gesagt, das war gut! Das gibt's doch! 1.0! 1.0! Hier ist keine Monde! 5.0! Doch, wir sind drin! Junge, wir waschen jetzt einfach. Ey, komm, ey, komm, du Jute. Junge, der ist wieder gestorben. Junge, der ist richtig schlecht. René, ruf den Typ mal an und sag, er ist schlecht. Junge, ruf ihn an. Wie viel Prozent hast du? 24. Ja, ich hoffe, dein Akku geht jetzt gleich aus. Meine Teammates, ja, die können nichts. Meine Teammates, die können nichts. Komm, was? Hat keiner Sprengstoff? Jetzt sterb ich. Keiner hat Sprengstoff und jemand muss Sprengstoff nehmen. Ich verlasse gleich. Soll ich Patrick an und nicht irgendeine Stirn packen? War gar nicht. Nope, mach lieber nicht. Alter, meine Katze war gerade kacken. Wer riecht das? Boah. Was war gar mit seinem Kopf? Boah. Das stinkt mega, Alter. Er hat ja noch Muni. Wir können halt einfach streichen machen. Ja, wir können... ...telefon streichen. Ja, ich weiß nicht, Bruder, Noa und Marcel, ich und Dietlmann in der Aussie rufen und jawolle Pizza sie bestellen. Mit Kalzone oder mit Maya Papaya? Wissen wir nicht. Spili? 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 Ich hör dich. Nein, der darf nicht verpischen. Ja, mit meinem neuen Handy geht's. Ja, Alter. Ja, ich bin tot. Ich komme. Wo bist du? Da bist du. Hä? Ich sehe deine Leiche. Ich bin offensiv, Alter. Ich bin offensiv, Alter. Runterrennen. Oh, ich bin tot. Schade. Es war cool, mal wegzurennen. Spili? Da, wo bist du? Da, wo bist du. Pizza bestellen? Pizza? Hast du verdient von mir. Du musst überreden. Nein, muss er nicht. Er kann ja stimmen. Es juckt ja keinen. Ich lebe wieder. Endlich, endlich können wir reden. Hallo. Ja, jag's in die Luft, Junge. Hast du denn die Kille? Nein, von ihm wird die ganze Zeit kill abgestaubt. Von dir? Nein, von Spieli. Ne, staubst du ihm die Kille? Nein, doch manchmal. Auch nicht immer. Komm, 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 komm. Was ist? Ja, als ob der Typ stirbt, ich habe keinen Bock mehr. Bin bei dir. Ich will den Scheißraubenüberfall jetzt schaffen. Kipp hier nicht weg. Wo bist du? Lauf in die Hecke rein und versteck dich. Ich bin dort. Nein. Socki. Gibt's hier Socki? Ja. Ich habe jetzt die beste Panzerung und das beste Angriff. Ich bin dort. Oh Gott. Junge, der Typ soll da raus zu durch. Sonst war der Bulli. Tauber. Ja, dann Geo. Tauber. Ja, du stirbst. Ja, ja. Wieso hat der Typ auch auf schwer gestellt? Ja, keine Ahnung. Welche Bitte? Ich möchte Margarita, bitte. Billy, wo bist du? Ich habe keinen Bock mehr. Weißt du, was ich jetzt mache? Mann! Nein! Ich wollte... Was wolltest du? Ich verlasse jetzt. Warum? Ja, weil die ganze Zeit sterben. Und I find it now okay. Ja, ich bin schon wieder doof. Ich habe Bock auf dein Handy. Warum? Alter. Und wann kommt die Pizza an? Spilli, wann kommst du mal wieder zum Training? Ich habe verlassen, Junge. Ich mache das nicht mehr mit. Jetzt bist du tot. Katzenfutterpizza morgen da. Okay. Dann haben wir eine Katzenpizza. Und dann machen sie Katzenpizza-Party. Eine Katzenpizza-Party. Ja, gut. Oh nein. Spilli lebt wieder. Ist gut. Is not good. Is not good for me. Ist scheiße. Spilli, da läuft rum. Komm, Attacke. Du kannst doch gedrückt halten, du Loch. Ich weiß. Hilfe. Hilfe. Scheiß Tippeer. Warum? Ja, du hast nicht tippen. Ja, und? Lass mich doch. Nee. Jetzt musst du spielen. René. Was? Nein. Doch. Ich muss jetzt aber die Runde kurz spielen. Ja, dann darfst du später halt nicht mehr. Ja, ich spiele dann schon. Ich versuche. Ich versuche. Ich bin tot. Mach mal ein Telefon-Battle mit Freunden. Einen? Anderen YouTubern. Wie zum Beispiel. Ich bin tot. Nein, nicht mit DJ Tiger. Der ist komisch. Ich mag den Typen. Der hat nur 4 Abos. Das ist eh. Ja. Nix für Katzenpizza, das Patrick. Doch, das ist Pizzakatze. Alter, ich habe nur noch 20 Prozent. Jogt kein. Jogt kein. Spezialfrag. Hey Spili, kommst du morgen zum Training? Nix für Katzenpizza, das Patrick. Ja, okay, passt. Kommst du morgen zum Training? Ja. So? Keine Ahnung. Normal schon. Und wie viel Uhr hast du Training? Ja, von halb sechs bis um acht. Wieso habt ihr so? Bis um halb acht. Sorry. Wieso habt ihr zwei Stunden Training? Ja, normal eineinhalb, aber die halbe Stunde nach dem Training benutzen wir zum Reden. Was habt ihr dafür eine halbe Stunde braucht? Ja. Aufstellung und alles bereden. Hey, dafür brauchen wir fünf Minuten. Ja, keine Ahnung warum. Ja, Lappen. Ja, Lappen. Ja, Trainer, Alter. Ja, Lappen. Ja, Lappen. Hey, in was bist du jetzt rein? Ein Robüberfall? Nee, in Spezial. Oh nein! Psst! Was ist? Ich bin tot. Schau dir zu, du spawnst. Hey, wir könnten vielleicht mit Game of a Life ein Video machen. Ich komm gleich. Drei, zwei, eins. Und ich bin wieder da. René, Opfer. Ich komme auch. Was? Wer? Ich schubst dich jetzt runter. Nein! Nein! Ich hab gekillt. Ja, ich hab gekillt. Ey, Alter, der nervt. Der nervt. Wenn du jetzt so hin machst... Was, du? Deine Ernsten! Nr, 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 nr. Nr, 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 nr. nr, 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 nr. Hör doch einfach auf. Das ist halt von Mace Bank. Nein. Ja. Die Bank. Ich lebe wieder. Ich lebe wieder. Jetzt ist genau 0 Uhr. Oh Rampage. Echt? Boah, das ist das Scheiß. Das ist das Beste. Und jetzt Munition für alle kaufen 160.000. Nee. Was? Nee. 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 Und der Horst ist ein Level. Ich bin schon wieder tot. Was ist das? Oder ich könnte mit mir ein Video machen. Was hat er da hingemacht für Smilies? Ja, diese Brillen, Smilies und Fragezeichen. Nee. Den hab ich auch. Was? Den. Ja. Ja. Wow, du hast ihn nicht, du kannst ihn bestellen. Bin ich hinten? Oh ja, ist schon einiger. Kannst du nicht. Er springt jetzt schon raus. Dumm. Dummisa. Dummisa. Wetten wir, er stirbt jetzt. Das ist doch schwer. Nein, verloren. Warum verlieren wir nun? Ja, er ist verre... Ja, der Typ ist so hart verlassen. Der hat kein Schmarges. Na, 200 Dollar gleich. Lädst du mich ein, oder? Junge, du spielst jetzt. Nein, nee. Ja, okay, dann spiel ich jetzt halt. Okay. Hey, was steckt da? Kommst du mal hinterher? Nee, ich stecke schon. Hallo, ich hab aber weniger Prozent. Ja, weil du gezuckt hast. Ich hab schon ein Flash-Rollare. Wie viel Prozent hast du? Wie viel hast du? Ja, ich hab erst... Ja, 17 hab ich. Hä? Du hast 18. Ja. Ja, zeig. 20. Ja, guck. Ja, ich hab ein Sonntagangebot. Ja, welches Sonntagangebot hast du? Hallo, Leggy Chest. Echt jetzt? Ja. Haha. DJ Cat. Ich hab kein Sonntagangebot. Ich schon. DJ Cat. Musik bitte. Ich kann nicht. Als ob wir jetzt schon eine Stunde streamen. Eine Stunde. Heute hab ich keine YouTube. Gönnt euch bestes Produkt der Welt nicht. Ich kann jetzt einfach die Kamera vollsprühen, Alter. Happy Spring Form, Alter. Was soll ich machen? Raubüberfall. Kann ich mal. Jetzt hab ich zu. Wie ist, hab ich zu. Ja, wie ist. Ich hab's zu. Ich hab zu. Was soll ich machen? Raubüberfall? Soll ich hin abwenden? Hallo, mach jetzt spezial. Ja, wirf dich jetzt durch raus. Ich weiß, ich warte ja schon drauf. Jetzt, Junge, geh doch anders. Fluchthilfe, ist das eine Vorbereitung? Ich weiß gar nicht, glaub schon. DJ, Gerrit, das kann keine Vorbereitung sein, du noch, warum? Ach so, ich frag auch noch, ist das eine Vorbereitung? Ja, wir sind hier höchst. Du darfst aber nicht eintrennen. Ja, ich zock unter dem Handy. Nein, dann schau ich den Stream an. Er schaut den Stream an? Ja. Gönn dir noch. Und was soll ich machen? Ohne Socke. Ja, die Socke ist heute geöffnet. Servus, Alter. Oh, ich leuchte auf den Stuhl. Wie lange dein Geld einfach haben? Nein, geh, ich fliege. Er fliegt. Du kannst nicht fliegen, der Horst fliegt immer. Ich fähpen. Ich fähpen. Okay, gut. Ich fähpen. Socke. Socke. Ich habe so viel geklaut! Also ich nehme definitiv. Ja, natürlich mögen wir Spili. Ich mag Spili. Schau mal, was ich geklaut habe. Ich weiß, eine Katze. Eine besondere. Ein Tiger. Nein. Okay. Ach so, mein Sockel. Ach sorry. Nicht Tiger, sondern Sockel. Verdammt, verdammt, verdammt! Hey, das sind wohl keine Brüder. Ja, ich weiß. Deine Katzen sind Brüder, oder? Ja. Geh in die, Alter. Den musst du abwarten. Hör auf! Hallo! Kann der kaputt gehen? Ja. Da kriegen wir weniger Geld. Wie der landet. Zucki. Komm. Ich schmeiß dabei Autos rum. Genau, Spili verpasst jetzt den lustigen Teil. Gell? Au! Sucki! Komm! Nee! Du wirst... Doch! Wart mal so. Du magst, was ich weiß. Soll ich den Heli? Buh! Waren die noch im Heli drin? Oh. Oh! Ich bin. Oh. Und. Oh. Oh! Oh. 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 Alter, er rammt nicht, damit er vorne da ist. Das ist voll kalt mit mir. Nee! Alter, die Autobahn macht so Bock. Oh, gut. Die Checker. Als ob der die Autos nicht rammt. Wer rammt nicht die Autos, wenn man... Ja. Jetzt auf einmal. Als ob ich schneller bin als er. Ich bin schneller als er. Wieso war ich denn schneller als er? München. Stimmt. Ich werde jetzt gerade ausgefahren. Oh, LKW. Wo ist Dennis? Wieso, wo ist Dennis? Warum fragen die das? Wer ist Dennis? Wer ist Dennis? Kenn ich nicht. Hä? Als ob die jetzt schon wollen. Denkst du, die Reifen könnten passen? Nein, Es ist nichts. Ich ruhe mich. Michelle, ich ruhe mich. Oder bin ich? Ich ruhe mich. Ich ruhe mich. Was macht der? Ich glaube, ich weiß, wieso in der Mission das Spoiler an dem dran ist. Weil der sonst nicht mit diesem einen Truck mitkommt. Ist das so es? Ach so, das stimmt. Und im Spoiler ist man ja schneller. Oder? Ja, wenn man in Online-Modus kommen kann man keinen Spoiler haben mehr. Weil er halt dann rummelt. Kein Bock auf euch! Kein Bock auf euch halt! Und wie du genau in der Mitte gegen den Posten fährst. Drive, 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 drive! Du musst halt warten. Ja, genau. Ja, dann kriegst du halt weniger Geld. Ja, warum soll, äh, wieso kriegt man da weniger Geld? Wenn er volles Leben hat, kriegst du am meisten Geld. Ja, ich kann ja nicht mehr. Aber ich kenne mich so. In deinem Fahrhaus, Alter. Alter, guck, einer fährt vorhin und einer hinterher. Fahrberuch! Kann ich jetzt mal wieder aufmachen? Was? Hä, nein! Der Truck ist von... ... von Haus aus langsamer. Is der? Röp, Röp! Guck, der ist von Haus aus langsamer. Zauberlich herrn! Alter, wieso kommt der Typ nicht hinterher? Gut, das ist so schön. Ich will noch mal einen Toppizer. Der Typ hat sich entschieden, wieder zu Hause zu bauen. Weiß ich nicht. Wie kann man da sterben? Einfach jetzt verkackt. Und am Anfang. Ich war doch ein Glück, eine Schmerzen von Mademus. Aber da sind eine neue richtige Schüler. Ich habe keine Schritte in der Akkabung. Ich glaub, der ist schon eingepennt. Hm. Ich hab keinen Bock, mir wieder zu fahren. Vorher zu fahren. Äh, was? Also, nein. Das ist klar. Nein, das ist meiner. Äh, ist klar, ich fahr den nicht. Wie muss ich denn jetzt fahren? Ja, Mann, ich. Da wird er nicht. Schaut doch. Er lässt fallen. Fuck, ich bin falsch weg. Keine Unfalle bauen. Die Tür so. Ja, sorry, wenn die mir reinfahren. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. So, was das? Oh, Mann. Puh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Ich glaube, ich schaffe sogar weiter, als wir es voran tun können. Wir machen uns nicht so viele Unfälle. Das verliert kein Leben. Da komme ich nicht durch. Ich habe es weiter geschossen, als wir es wieder geschossen haben. Es ist okay. Es ist okay. Was ist denn hier? Ich wollte gerade fragen, ob ich gerade die Tür mitgenommen habe. Was ist denn hier? Als ob der Rampart nicht gut erscheint. Kannst du es vorlesen? Her als ob du einen... Was? Das ist eine Reise auswählen, das ist wie das. Aber kein Swine. Bei dem Biss kriegen wir erst eine Stunde. Heller Schlitzer spielen. Oder? Wow! Nein. Das war jetzt aber nicht ich. Ich brauche heute Money. Und mir ist immer noch kalt. Und bei Schlitzer kriegt man nicht viel Money. Oder? Mhm. Ja dann darfst du Motor Wars an. Ich hab dann auch nicht gefunden. So. Nicht mal. Man kann nur Gewinne mit zwei Runden einstellen. René. Aber letztes Mal ist mir passiert, da stand einer, ich fasse so und ich springe drüber. Und ich fliege über den Checkpoint. Mir ist kalt. Du musst es dann anstecken. Was? Ja. Der Controller geht gleich aus. Ja, ich weiß. Ja? Soll ich es jetzt anstecken? Wo soll ich dein Handy hinführen? Oh ja. Was? Was? Wo woll' ich dein Handy hinführen? Weiß ich nicht. A.K.A. Mr Fishy. Mr Fishy. Mr Fishy. Mr Fishy. Jetzt bin ich nah. Ja, Martin hört sich voll müde an. Ich glaube, er ist auch noch kalt. Ich habe mich schon voll gefreut. Selber schuld. Warum selber schuld? Ja, weil du dich gefreit hast. Ja, du hast dich auch gefreut. Nee. Was soll ich jetzt in der Nähe sagen? Nee. Ich habe den Controller nicht kaputt gemacht. Doch, hast du meinen. Ich sehe es doch. Was denn? Da. Das da. Nein, nein. Was da? Da, ja, im Controller, da, am Griff. Das da. Ja, ja, ja. Was soll ich denn? Ja, da, doch. Ja, ja. Also, ob du erst eine Stunde und 20 Minuten streamst. Bei zwei Stunden haben wir aufzustremen. Echt? Ja, okay, bei 1.30. Ja, warum? Weil ich in der Party und so gehen will. Das ist Floki. Nein. Mach die Tür auf. Floki. Floki. Da. Soki denkt sich manchmal, wo sehe ich wohin? So, ich mache mal die Tür auf und dann denkt er, in welchen Raum führt das? Und dann geht er da vorbei. Soll ich jetzt öffnen? Er kann ja draußen rumgehen. Hast du mich abonniert, einfach zu fragen? Äh, ja, ja. Ja, ich habe dich abonniert. Wie heißt nochmal dein Kanal? Alles Monster. Ah, ja, 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 den habe ich abonniert. Ich habe schon gedacht, wie heißt der Gaming Flip? Ja, den meinte er auch. Äh, echt. Hast du den abonniert? Ja, ich habe beide abonniert. Ja, du hast den abonniert, du hast den abonniert, oder? Ja, du hast den abonniert. Jetzt will der Fettsack schon wieder rein. Ja, wach auf. Er guckst du mit meinen Sorgen. Ja, danke Puppensorgen. Ja. Und er denkt sich nur, was habe ich falsch gemacht? Ja, er guckt nicht so und denkt, was habe ich nur falsch gemacht? Überweis mal. Eine Million. Ich habe eine Million, doch keine Geld, ich habe so verabschiedet, ich bin immer noch blank. Ich habe eine Million. Oh, du hast doch kein, doch kein Abonnent auf meinem Kanal. Das ist nicht stimmt. Wir haben auch eine Million. Wir haben noch 2000. Komm, das kriegen wir durch gute Führung. Oh, klau den Juck. Klau auch den Juck. Nein. Soll ich? dringend sich die Hexe. Ich weiß, weil er die Rakete aushält. Gib mir ein Auto. Und gib mir ein Auto. Warte, du machst immer was und geht hier eigentlich? Gib mir ein Auto. Geld. Geld. Auto. Ja, ja, ja. Fiki, Fiki. Gib mir Geld. Schnell weg ins Auto. Wir fahren ihn jetzt um. Das wollte ich auch echt machen. Easy. Ich bin klau. Wisst ihr was? Abo gegen Abo ist. Ja. Du kennst das nicht. Was? Er kennt das nicht. Er kennt das nicht. Es gibt bestimmt ... Weich aus! Jetzt lass dich mal abschießen. Jetzt kält er dich. Er kann mich gar nicht kält. Er kann nur das Auto machen. Ich bin aber noch. Robin Wagner. X-Soalys. Wer seid ihr? Wer seid ihr? Kann ich jetzt noch mal einsteigen und das fahren? Wenn ich gar nicht. Er kann nicht. Ich kann Wer ist? Moinsen, kann man hier Achselhaare wählen? Achselhaare wählen? Hä, wieso Achselhaare? Alles Monster, Abo gegen Abo. Ja, hier könnt ihr auch abonnieren. Ja, hier könnt ihr auch abonnieren. Hier könnt ihr auch Abo gegen Abo machen. Wenn ihr wollt. Hä, echt? Ja, nein, sind es nicht. Sorry? Glaub ich. Ich glaub, ich kenn die von irgendwo. Tu mal weg. Ich weiß. Tu mal weg. Lieber zusammen. Ich halte einmal. Hochfleckerüberfall? Ja. Wer, Abo gegen Abo. Meinst du uns, oder? Achso, ja. Sorry. Du brauchst zwei, was mach ich? Bitte. Fußnägel. Fußnägel. Ich hab' nicht auf. Ich hab' nicht auf. Uiho. Digger, meine Katu. Was jetzt die Schlange? Ich hab' nicht mal echtes. Scheiß Spiel. Ja. Ne, hier kann man Nasenpuppel sehen, weißt du. Ich hab' nicht auf. Ich hab' nicht auf. Ich hab' nicht auf. Ich hab' nicht auf. Hallo, alles versteckt noch. Kann man mitzocken, ja? Ja, kann man mitzocken. Party kommen. Ja. Und unten stehen unsere PSN-Namen. Ich bin voll cool. Ich bin einer. Das A ist groß und muss mal groß schreiben. Ja, er kann nicht schreiben. Jetzt wechselst du ihn. Ja, warte. Keine Ahnung. Wem passt das auch? Schick du doch... Alter, schick uns doch F.A. Die steht doch da unten von uns. Schick einer am 2005. F.A. Voll cool. Brauchst du nicht. Doch, voll cool. Brauchst du nicht. Mach's lieber nicht. Das ist böse. Der hat mich überfahren. Und bei dem. Weißt du noch Autotaxi? Wer hieß das? Das ist er. Ach so. Wahrscheinlich. Ja, so wie chillend. Hallo. Hi. Hey, schaut ihr grad den Stream? Jo. Jo. Da ist ein Wärtspackmann. Wat? Anonym. Was? Ja, piss dich heute meine Fresse ey. Nein. Kann ich... Kann ich mitzocken? Ja, kannst. Nö. Wie bitte? Weiß ich nicht. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Ja oder nein. Einfach. Antwort. Jein. I know. Ja, na... Jein. Kann man mitzocken. Kann man mitzocken. Aber ich weiß nicht. Ja oder nein? Ja, okay. Ja, was hast dann du? Krebs oder was? Du bist Aidskinder. Also kann ich jetzt mitzocken oder? Ja, du kannst mitzocken. Aidskinder. Okay. Wir dürfen mitzocken. Ja, scheiß Pisser. Okay, ich start mal kurz GTA. Dann mach ich mit. Ist okay. Ja, okay. Okay. Ja. Ja. Hast du einen Raubüberfall? Ja. Mh, mh. Ja. Welchen? Welchen hast du? Ich weiß nicht. Ich muss kurz schauen. Weil wir brauchen 1,15 Millionen. also uns fehlt nicht mehr viel und uns fehlen noch 250.000 ich muss ich muss von meinem kollegen noch was ausrichten das sollte der köln hauptbahnhof gehen da manuel hoffmann 09 sein name wo wohnt er dann in der nähe von wo an der grenze zu österreich okay emmanuel hoffmann 09 sie wohnen an der grenze zu österreich er knallt euch auch da er will sehen sagt genauer adresse will er wissen ja sage ich ihn doch nicht er wisst ja nicht sagen er wistet euch er will euch wissen wir haben gestoppt weil er beleidigt und so ja da habe ich gemerkt welchen raubüberfall hast du er hat noch gesagt er nimmt eure väter doggie ich weiß nicht wir wurden im pazifik standard eingeladen wir machen den noch kurz dann können wir deinen machen wie lange geht das wie gut die spielen wenn es gut läuft 15 20 minuten ok aber ich gehe jetzt offline mit dem account ich habe nachher zweiter account ich komme mit dem später nachher wieder der heisst false breaker vielleicht könnt ihr den ja adden also gleichgeschrieben wie mein name jetzt hier einfach mit breaker ich schreibe es kurz im text ja also ich schreibe sie im party chat ok ich habe geschrieben also ich geh jetzt auf gell bis bis nachher nachher Wir sind schon in Gefahr. Wieso? Es ist so schön warm unter der Decke. Guck, ich spiel wieder. Space-Taxi. Nein, es fällt so. Ich will hier Space-Taxi spielen. Gefängnis. Mach doch Bunker-Serie, oder so. Ich glaub, du willst nicht. Bunker-Kelleporter. Oh ja. Aber Noah, wieso sind wir in Gefahr? Vielleicht, weil sie gesagt haben, dass sie uns auch ballern. Ja, meine Fresse. Bunker-Kelleporter. Oh ja, Bunker-Kelleporter. Bunker-Kelleporter. Ich leck mich wieder hin, mir ist gerade. Du mitzaukst jetzt. Hä? Du bist in Kid-Quarter reingegangen. Wie viele Teams? Vier. Ja, keine Ahnung. Ja, du. Glaubst du? Ja, wie denn? Du bist jetzt der zweitschlechteste? Mhm. Und der zweibeste? Ja. Und jetzt bist du der Beste? Ja. Easy going, ja. Wollen wir dann noch etwas weh? Ja. Wir haben das Fahrzeug noch. Egal. Egal. Aber spielen wir dann noch weiter? Was soll das denn? Ich soll ja, irgendwie ist es gerade ganz froh. Hm, hm, hm. Okay. Soll ich rausgehen? Hm? Soll ich rausgehen? Ja, beendet den Spiel bitte. Ich mach's auch wenn du beendet. Okay. Tschüss. So schön. Ja, das war's dann mit dem Stream. Also dann tschüss Leute und noch schönen Abend. Ciao. 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 Ciao.